So, Freunde der Nacht, das sind wir wieder in Markath. Weiter geht's mit dem nächsten Dietrich-Artefakt und hoffentlich diesmal mit Moloch-Bahl-Streitkölbe. Und der dort will uns Kampfhund. Oh. Oh, jetzt haben wir Wauzi. Einmal lieber. Okay, haben wir noch ein Doggo. Fangt hier mal richtig geil an hier. Richtig geiler Shit am Start. Wauzi mit dabei. So, gut. Ne, wie gesagt, dann machen wir weiter. Nächster, äh, nächstes Dietrich-Artefakt. Alter, halt die... Egal. So, Moment. Oh, kata-aktualisiert. Wird da irgendein Ort entdeckt, Alter, von dem Dip. Ähm, wir machen jetzt da Moloch-Bahl-Streitkölbe. Wie gesagt, dafür gehen wir jetzt dann nochmal hier in die Taverne. Zum Gastwirt. Das Gasthaus-Taverne, alles dasselbe. Äh, ja. Und vorne nochmal noch Grüße. Kommt rein. Im Gasthaus-Silberblut gibt es hochprozentige Getränke. Das ist das Gasthaus-Silberblut. In der Stadt ist ein Hexenjäger aus... Ei, wunderbar. Das ist die Quest, die man wollte. Perfekt. Könnt du gar nicht besser da haben. So, Moment. Haben wir die Quest hier aktiviert? Ähm, Moment, Moment. Ja, haben wir. Dann müssen wir, glaube ich, kurz hier raus. Wo gammelt denn der jetzt rum, Alter? Gerade hier. So, der spricht uns automatisch an. Hannah hat ja auch schon gesehen. Ich bin immer nur die Dier raus. Zack, schon mal rausgegangen ist. Aber nee, ich hab nix gesehen. Brauchst du vielleicht Hilfe, Alter? Ei, oh. So, ich wollte eigentlich gerade hineingehen. Gut jemanden zu haben, der mir den Rücken lebt. Folgt mir und seid wachsam. So sieht die Sache doch nämlich aus, oder? Gut, dann gehen wir schon mal in das Haus. Dann geht's bis hier ab. Ohne war immerhin schon Motor. Können wir schon morgen. Jetzt ist die Tür nämlich auf. Sobald mir halt die Quest mit dem Hahn ist, die Tür automatisch auf. Ähm. Alter, wir haben jetzt eh wahrer Hund, Alter. Äh, Kampfhund. Bewachsam. Weißt du? Wir warten mal hier, stehen hier. Bis der Depp doof getaucht ist. So ist er. Frisches Essen. Keine Fäule an den Möbeln. Jemand ist hier gewesen. Und das vor kurzem. Aber die Leute, die ich befragt hatte, haben niemanden gesehen, in der hinein oder hinausgegangen ist. Moment. Habt ihr das gehört? Ich glaube, das war von da hinten. Das ist es. Etwas ist hier im Haus. Los, wir gehen der Sache auf den Grund. Kommt raus. Wir wissen, dass ihr da drinnen seid. Ist zu, Digga. Wir haben noch eine Tür. Versucht doch, sie zu öffnen. Jo, brüch dich. Das ist kein gewöhnlicher Daedra. Wir müssen Hilfe holen. Schwach. Gut. Dann müssen wir dann jetzt umboxen. Latsch Allah. Aber nee, wir müssen eine Nette esse. Oh, der Dietrich brauche schon wahrscheinlich ein Nettmeer. Wunderbar. Gut. Haben wir den Blatt gemacht. Und gehe mal durch die Tür. Jetzt ist die Tür offen. Oh, das kann man ja falsch verstehen, Alter. Aber von mir aus. So. Rostika Streitkolben. Gut, Junge. Glaubt ihr wirklich, Molagbaal? Der Peiniger der Menschen würde euch so einfach belohnen. Was sehe ich denn, Alter? Was sehe ich denn, Alter? Was sehe ich denn aus dem kleinen Käfig aus? Sagt es mir. Und die Schwachen von den Staaten bestraft. Aber auch ein Daedra-Fürst besitzt Feinde. Und meine Rivalin Boetia hat ihren Priesterhahn, um den Altar zu entweihen, bis ihr kamt. Aber jetzt wird er vermisst, gefangen und gebunden, zurückgelassen, Nein, ich will Unterwerfung. Der Priester, der das getan hat, soll vor mir niederkneen und mir seine Seebe geben. Er kommt, um Boetias wieder wertige Rituale an meinem Altar durchzuführen. Aber jetzt wird er vermisst, gefangen und gebunden, zurückgelassen, um zu verrotten. Verschont ihn. Lasst ihn sein Ritual ein weiteres Mal ausführen. Oh, na gut. Und wenn er es tut, dann wird er auf ihn warm. Man kennt ja die Vorgeschichte, ne? Das gefällt dir gar nicht, ne? Naja, du wurdest ja geschändet, Alter. Das verstehe ich, verstehe ich. Gut, die Karte hat sich aktualisiert. Finde den Priester. Machen wir hier mal wieder den Schmutzwektor. Und gehen auf die Suche nach diesem Priester. Ja. Deine Streitkolbe gäb's dann als Geschenk, wenn wir mit der ganzen Questreihe hier fertig sind. Dann haben wir schon vier Dietrich-Art-Fakten. Mir fehlen uns noch zwölf. Wunderbar, wunderbar. Der Platin immer näher. Oh Gott, warum geiert. Ei, dann geh mir mal zur Drache-Brücke. Das wär jetzt das Nächste, ne? Ne. Geht mir auch nisch. Müssen wir wieder bis die Lave. Zur Drachen-Brücke. Aber alles, kein Problem. So. Wir haben einfache Kampfrund mit am Start. Geiler Scheiß. Echt geiler Shit. 500 Tacker hat die Scheiß gekostet. Macht aber nix mehr an den Hund. Das ist es wert. Wahrscheinlich wird er beim Nächsten Fight direkt weggeklatscht. Schattebeen hab ich A geliefert bekommen. Also ich kriege alles Blatt mit 100 Männer. Und mir ist nix sicher. Ich krieg alles verbunden. Böhle Bär. Ey, mein Hund. Direktor. Mein Hund da, aber es heraner nicht. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Muss ich mal gerade gucken. Ist da oben, ne? Auf jeden Fall. Gucken wir mal, ob es hier irgendwo Weg-Norbe gibt. Hier, wo bis hier Dreiecks-Bämmel. Ja, ist zu steil, ne? Ach, nö. Muss ich jetzt wirklich außer rum? Sieht fast danach aus. Ja, okay. Wir müssen weiter. Bis ich hier fertig bin, ist er halt schon drauf gegangen. Lachen wir einfach mal weiter. Irgendwo wird es einen Weg geben. Oh, na, noch ein Drache am Hals. Ich fass es nicht. Die Folge wird wieder actionreich hier. Jo, 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 jo. Mal mal halblang, Alter. Wo sind der? Rixag. So, hier geht es sogar schon weiter. Alter, ich glaube, der fährt es gerade mehr rund. So, hier rennen wir mal weiter. Ey! Bedeckt mich nie wieder von the side of life, bitch. So, hier geht es noch weiter. Ich saß, wie es ist. Wer traut sich was, hä? Warte ab, wenn du runterkommst. Adon, krieg ich mo'. Sonne in die Friss. Idiot. Juckt ihn halt gar nicht. Wir rennen wir mal weiter. Ich bin nicht herkommen, um Betrageplatt zu machen. Ja, Mensch. Wo geht es denn hier hoch, Alter? Ich bin jetzt eben fast schon in deine Berge rannt. Oh, hier. Oh, hier. Und die Musik ist geil. Jetzt geht es wieder voll. Ab, hier in den Tod. Na, na, na. Na, na, na. Ich geh mo'. Schnell rennen. Oh. Wir haben es überlebt. Stark, die Sache. Und ich kann euch schon wieder aufgeben. Ich geh jetzt erst mal eine Sonne ins Gesicht. Kurz Allah. Gut, du bist hier rechts lang. Ach so, Thema Burge, ja gut, ne. Könnte ich natürlich auch machen. Warum eigentlich nicht? Natürlich ist es auch wieder leer. Meister Schloss. Das wäre jetzt zu geil gewesen. Oh, gut. Von zweitem Moor. Ja. Boah, Dingi. Voll in die Butterbieren. Ey, was ist denn hier los? Ähm, was ich durch siehe, auf jeden Fall. Zack. Ah, jetzt, wo ich mir das Gesicht so betrachte, nehme ich alles zurück. Tiefenwald-Altar. So, es scheint, als wäre mir hier richtig unhandelt Rache sogar als so einer Stützung dabei, mein Lieber. Gut, Salah. Ey, Alter, los, schon wo mein Hund hinrufen? Oh, leck. Hier geht sie da voll ab. Das ist immer das Geilste hier. Actions pur. Ich packe das Schwert raus. Ich treffe hier eh nichts. Warum probier's überhaupt? Ich treffe doch eh nichts. Ey, Meister. Bist du hier gefangen oder was? Dann helfe ich dir mal grad. Ähm. Was waren das? Hat der mich da jetzt grad umgeboxt oder was? Er hat da nicht gebrungen, oder? Das ist jetzt nicht, denn sei ernst. Der hat mir jetzt aber ein Energie gegeben. Jo, komm, aber, ja, aber. Ja, aber, ja, aber. Also. Als wäre ich nix hat, der mich dauer weggeboxt. Ich will mich eigentlich komplett drauf schicken, Alter. Was, Junge? Was, Alter? Was, Alter? Oh, komm mal, der. Was ist? Du, ich hab was. Oh, Dumbo. Und dann hab ich noch ein paar übrig. Zack. Jetzt aber. Jetzt guckst du nicht so blöd. So, renn um dein Leben. Renn, Alter. Und du? Brauchst dich gar nicht zu verstecken, Alter. Ficka. Ja, ja, ja. Boots für die Aktion. Du, Depp, Alter. Du hast mich aber hier weggeboxt. Zack. Kartscht davon. So, nochmal, geh mal nochmal in die Kicht hier. Jetzt aber. Nee, ich bin hier, um euch zu retten. Ähm, Boitea hat mich geschickt. Wer hat euch geschickt? Die dunkle Herrin? Sie hat euch geschickt? Moment. Molag Bahls Altar. Natürlich. Hier, lasst mich die Fessel lösen. Ich muss sofort nach Markarth. Macht mich los. Ist so gut. Jo, mach du nur. Endlich frei. So, der schwingt jetzt seinen Arsch zurück nach Markarth. Und mir komme ich hier erst weg, wenn hier alles Blatt ist. Das heißt, mir hat jetzt gerade noch ein bisschen was zu erledigen. He he. Oder welche was? Scheiß drauf. Na, mir hat aber deine Drache am Hals. Ist doch ein bisschen nervig. Nee, mir laufe einfach dann nicht zurück. Fertig aus. So. Dato ist richtig flott unterwegs. Dato ist richtig flott unterwegs. Hä? Ähm... Auf schnellsten Wege zurück nach Markarth. Ich habe jetzt, ähm... Mal gucken, ob der Tag jetzt noch da ist. Wenn ja, müssen wir eine Blatt machen. Kommen wir doch nicht dran vorbei. So. Dann probieren wir es doch mal. Es funktioniert. Oh yeah. Das war jetzt schneller. Ich hätte mir jetzt alles blatt gemacht. Auf jeden Fall. Eigentlich schon. Hm, am Mund. Dann gehen wir zurück ins verlassene Haus. Aber da war zackig her. Und Folge-Demo so unauffällig. Komm, zackig. Beweg dich. Ich denke, ihr habt euch jetzt gerettet für hier, ne? Päus zu machen oder was? Abfahrt. Schwingt dein Arsch in dein Verderbe? Depp. Ich denke, ihr könntet Poetias Anhänger bezwingen? Ich habe diesen Wettstreit schon einmal gewonnen. Aber ich habe dieses Mal meinen eigenen Champion, Logrolf. Was? Ihr? Sterblicher. Ich gebe euch meinen Streitkolben in all seiner rostigen, boshaftigkeit. Zermalmen, Logrolf. So. Haben wir denn eine Streitkolbe bekommen? Ihr sollt sich mir unterwerfen. Den rüsten wir jetzt mal gerade aus. Wo ist er? Äh. Ah, jetzt doch. Ah, das ist mal Keule, Alter. Schlagt ruhig richtig zu, Meister. Mit euch kämpft es sich gut. Ah, 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 ah. Das hier soll ein Ego sein. Und eure zerbrechlichen, weichen, lachhaften Körper. Versucht es noch einmal. Ey. 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 Aufhören. Aufhören. Woher seid ihr gekommen? Woher seid ihr gekommen? Woher seid ihr gekommen? Wo lagbar? Ich war über mich. Ihr wollt euch... Ey, Alter, wie weird. Es ist wohl abgehauen. Wo ist wohl verschwunden? Woher seid ihr gekommen? Woher seid ihr gekommen? Woher seid ihr gekommen? Ihr wollt der Schwachen und bei Dauerswerten Poetia abschweren? Jetzt gehört ihr mir, Logrolf, zu verziehen. Boots. Oh, nein, der haut nicht. Hey. Woher seid ihr gekommen? Der Streitkolben von Molagbal. Ich werde euch seine wahre Macht schenken, Sterblicher. Wisst jetzt, dass ich euch beobachten will, Ab Dank fürs Molagbal. Und jetzt muss ich mich um eine Seele im Reich des Vergessens kümmern. Und ihr kümmert euch bitte in meiner Armee. Somit hätten wir auch dieses Dietrische Artefakt. Wo ist er? Ich bin schon wieder vorbei. Streitkolbe von Molagbal. Verursacht 25 Punkte Ausdauerschaden. Verursacht 25 Punkte Magikerschaden. Stirbt das Ziel innerhalb von 3 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Weg mit dem Dreck, brauche ich nicht. Aber mehr Hans. Latin relevant, fehle uns nur noch 12. Ich rüste immer meinen Schädel aus, oder? Das gute Stück. Perfekt. So, dann haben wir den Ar. Dann sind wir hier sogar fertig. Schwinge ich mich mal gerade raus hier. Das war der Streitkolbe von Molagbal. So bekommt man den. So hat man den. Und ich würde sagen, dann hören wir uns. Und sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein. Und ciao. Ciao.